Herzlich willkommen an Bord von uns Passagierschen. Hallo, Damen und Herren, Herren und Herren. Ihr habt es bereits von der Fahrtkabin und der Fahrtkabin gehört. Wir sind auf viel Zeit für unseren Reise auf den Markt. Und auf behalf des Kapitains und den anderen Crewmitglieds, willkommen Sie an Bord auf unser Schiff. Im Namen unseres Kapitains, der ganzen Besatzung, heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord unseres Ausflugschiffs. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen werden, fahren wir jetzt auf der Mars. Die Mars ist ein Fluss mit einer Länge von etwa 1000 Kilometern, der sein Wasser aus den Niederschlägen bezieht, die in Ostfrankreich werden ihren Fall. Die Quelle der Mars befindet sich auf der Hochebene von Marimel in Ostfrankreich. Da die Mars also ein sogenannter periodischer Fluss ist, ist der Wasserpegel in den Wintermonaten oft einige Meter höher als im Sommer. Und zwar vor allem dann, wenn viel Regen und Schnee fängt. auf der Anyways varianten, die in Ostfrankreich- aufstehen, zum Willen sind in Deutschland und der Erkrankreich- Säge-Spiel-Den, auf unser Schiff- und Smarna-Marsch-Heurest! Das ist viele Körner und das sind wohl noch nicht in den Niederschlägen. Der ist also eine Hochebung im Sommer. So ein Bier ist in Österreich mit einem Körner, also eine Marker, Das ist eine Schiff- und Körner-Körner-Körner-Körner, in die Widenstammektion, der Bord, dann natürlich auch immer noch mehr so gerne, Vielen Dank.